Also müsst ihr mit dem Blick nach vorne gehen. Immerhin seht ihr etwas. Ohne selber diese Strecke in Fahrt zu müssen. Für Spanien. Für Zeit. Die Diesel sind auch nicht mehr so preiswertig bei der E-Fahrt. Anfang Oktober, als ich nach Spanien reingefahren bin, habe ich noch für 99 Cent getankt. In der Nähe von Müllbau. Jetzt kostet der Diesel hier 1,17 Euro, 1,20 Euro. Aber immer noch etwas billiger als in Portugal. Da lag er bis zu 1,37 Euro bei der neuesten Freude, die wir mal gesehen haben. Aber an den Supermärkten habe ich immer so um 1,20 Euro bezahlt. Was es jetzt gerade in Deutschland kostet, kann ich nicht sagen. Ich kann mich in meine E-F nicht mehr einlaufen. Weil der hat natürlich kein Glück, der ist nicht klar von Deutschland. Und der zeigt dann auch keine Basis für Deutschland an. Haualk, jetzt wäre es und sie gleiche. Die Wurper und sie wird jetzt auch nicht geschlossen. dass ihr jetzt Körger auch immer noch mal wieder und sind und jetzt geht es nicht mehr. Either ist oder eine richtige Ebene? Du kannst diese B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Das war's. So, ich werde euch jetzt erstmal wieder aussteigen lassen. Bis dann, Freunde.